Äh, letztes Wohnen, aber das ist ja, hey, komm mal zu München, weil so viel Kohle mal ein Kind, weißt du? Ja. Das darfst du das letzte Mal gelesen. Ja, da hat sie auch recht. Ja, macht ja auch mehr mehr. Ja. Und wie lange wohnen die schon in Texas? Die sind im August oder in der Tessler. Ja. Und ich meine, er ruft auch nicht an oder so. Aber die Woche wird überhaupt FaceTime. Wenn das ein Kind wäre. Hallo jeden Tag. Hallo? Hallo mehrmals am Tag. Ja. Ja. Wie krass. Na ja. Dann freue ich mich auch nächste Woche, dann sag mir Bescheid. Welchen Tag für dich funktioniert? Malen. Ja. Ich kann whenever. Okay. Ich liebe dich, ich muss noch mal drüber reden. Das freut mich so und das hat dich gelohnt und ich bin jetzt froh, dass du nicht mehr traurig bist. Ja. Du kannst endlich Oma sein. Ja. 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 Halleluja. Oh. Ich kann ja die Schwabe anziehen. Die Merle, die kommt. Die kommt jetzt nächstes Mal los. Geil, okay. Dann sag dem Richard ein Fuß. Und dann, ja, wir müssen uns sowieso noch mal für den Kopf setzen. Okay, schlieb dich. Okay, schlieb dich. Okay, schlieb dich. Okay, schlieb dich. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.